so gibt noch eine folge stiftung fusel test und zwar wieder hier mit micha und mir und der feuertonne und jetzt haben wir aber richtig geiles für euch hoffe ich jetzt mal so das ist duckstein rotblond ja so roter jammer 3 ps mehr und jetzt schon mal aufgemacht hoffen wir mal besser ist wie das was er vorher hatte ja so das ist echt eine entschädigung für eben habe ich dazu viel versprochen das ist eine entschädigung das ist also dass das duckstein rotblond ich muss zu meiner stunde gestehen ich habe es vor ewigkeiten auch schon getrunken schmeckt immer noch so geil wie ich es mir in der erinnerung behalten habe ist auf buchenholz geräuchertes bier ist sackteuer also wenn wenn wir sekt wäre wäre der champagner vom preis her ich glaube ich habe jetzt irgendwie 8 euro 50 oder sowas für einen vierer pack bezahlt aber wenn man sich mal was gönnen will dann ist das durchaus das ist vollkommen lecker